Episode 146. Hilfe, brauche ich jetzt einen Pro-Account oder muss ich jetzt mehrere Pro-Lizenzen haben? Sag bitte was dazu und was unterscheidet Zoom von Zoom für Bildung? Bitte geh auf diese Fragen in deiner Podcast-Episode ein. Dieser Aufforderung komme ich jetzt nach, mehr nach dem Intro. Los geht's! Du interessierst dich für Bildung? Dann bist du hier genau richtig bei Bildung rockt, der Lerncoaching-Podcast. Hier geht es um Themen wie Digitalisierung, Didaktik, Methodik und mentale Stärke. Ich bin Mareike, Sandra Mareike, dein Lerncoach für E-Learning. Und ich freue mich, dass ich in deinem Ohr sein darf. Los geht's! Hilfe, brauche ich jetzt eine Pro-Lizenz oder brauche ich mehrere Pro-Lizenzen? Ich habe da so ein paar Trainer unter mir arbeiten. Muss ich die jetzt alle in mein Pro-Lizenz-Konto reinholen oder können die auch weiterhin ihre eigene Pro-Lizenz benutzen? Das war eine Mail, eine von mehreren Mails, die mich erreicht hat nach meiner letzten Episode. Ich wollte hier keine Verwirrung stiften. Ich erkläre dir das jetzt mal an zwei Beispielen. Das erste Beispiel, worum es mir in der letzten Episode ging, war das Beispiel, hey, Franz und ich haben einen Pro-Account und den teilen wir uns. Und wenn Franz dann ein Meeting hält, naja gut, dann fliegt er halt aus dem Meeting raus, wenn ich mit demselben Pro-Account-Daten mich anmelden würde. Genau aus dem Grund haben wir jeder eine eigene Pro-Lizenz. Und es würde auch nicht den AGBs von Zoom entsprechen, wenn wir uns hier einen Pro-Account teilen. Die machen einen guten Job bei Zoom und von daher, no way, wir zahlen beide einen Pro-Account. Und das war mir in der letzten Episode ganz wichtig. Und jetzt möchte ich dir das zweite Beispiel anführen. Ich baue jetzt mal ein Konstrukt auf. Stell dir vor, ich habe ein Weiterbildungsinstitut. Langtraining und Consulting. Und bei diesem Langtraining und Consulting habe ich ein Branding. Und ich habe fünf Trainer, die für mich tätig sind. Und alle trainieren wir mit Zoom. Und jetzt gäbe es zwei Möglichkeiten für mich. Ich könnte einmal die Trainer in mein Konto einladen als Benutzer. Und dann können Sie als Benutzer in meinem Konto, wenn ich eine Lizenz für Sie gekauft habe, trainieren unter dem Branding Langtraining und Consulting. Das zweite Beispiel ist, die fünf Trainer trainieren nicht unter meiner Pro-Lizenz. Also ich würde für die noch eine Pro-Lizenz jeweils dazukaufen, um mir keine Missverständnisse aufzurufen. Sondern jeder von den Trainern hat bereits eine Pro-Lizenz. Und dann könnten die genauso gut darüber trainieren. Die würden mir dann die Meeting-Kenncode geben und die Meeting-ID. Würden allerdings nicht unter dem Branding von Langtraining und Consulting auftreten nach außen hin. Und da finde ich, ist es immer so ein bisschen Geschmackssache. Was möchte ich als Unternehmen? Möchte ich, dass die Trainer in meinem Look & Feel bei den Teilnehmern auftreten? Oder möchte ich halt den Trainern auch die Möglichkeit geben, okay, du hast einen eigenen Pro-Account. Dann nutz diesen und gib mir den. Und dann trittst du halt unter deinem Branding nach außen hin auf. Das ist immer Geschmackssache und auch ganz viel Vereinbarungssache. Denn was passiert, wenn die jetzt unter Langtraining und Consulting Trainings außerhalb des mit mir vereinbarten Rahmens geben? Sind die dann auch noch unter Langtraining und Consulting? Wie wirkt das in der Außenwirkung auf die Teilnehmer, wenn die damit gar nichts zu tun haben? Und es vielleicht gar nicht um Training und Consulting-Themen geht, sondern vielleicht, was weiß ich, irgendein Pflegeprodukt zum Beispiel jetzt. Also die würden Pflegeprodukte nehmen bei Schulen oder irgendwas anderes. Setz ein, was immer du willst. Und die würden damit dann auftreten. Würde ich das wollen oder sollte es schon ziemlich ähnlich zu dem sein, was ich auch mache? Und da kann ich dir jetzt an dieser Stelle keinen Rat geben. Wichtig ist, was vereinbarst du mit deinen Trainern? Also vereinbarst du, hey, nimm deinen eigenen Pro-Account, gib mir die Meeting-ID und den Kenncode und wir machen das auf eine andere Art und Weise wieder gut. Also irgendwie kriegst du dann halt Vergütung XYZ on top obendrauf. Oder aber sage ich, nee, pass auf, ich habe so und so viele Lizenzen. Du kommst bei mir in das Konto rein. Wenn du eine eigene Pro-Lizenz auch noch hast, ist das kein Thema. Dann kannst du die außerhalb des Trainings nutzen. Und innerhalb des Trainings, wenn du für mich tätig bist, nimmst du halt die Lizenz von mir. Und da muss man wirklich gucken, was möchte man, was möchte man nicht. Welche Vereinbarung hat man mit seinen Trainern? Welche Vereinbarung hat man nicht mit seinen Trainern getroffen? Und wenn ich jetzt wachsen würde und ich hätte nicht fünf Trainer, sondern ich hätte vielleicht zehn oder zwölf Trainer für mich arbeiten, dann würde ich immer in den Business-Tarif wechseln. Das war mir hier nochmal an dieser Stelle wichtig, auch deutlich zu machen. Ich habe das Ganze jetzt versucht, sehr plakativ mit Langtraining und Consulting klarzumachen. Ehrlich gesagt, ich habe gar nicht gegoogelt, ob es dieses Unternehmen wirklich gibt. Also ich habe es nicht. Fiel mir jetzt gerade so ganz spontan ein. Also von daher, schau einfach, was hast du mit deinen Trainern vereinbart? So und jetzt kommen wir nämlich zu der nächsten Frage, die mir gestellt worden ist. Sag mal, Mareike, es gibt doch Zoom für das Bildungswesen. Sind wir da als Trainer, Berater und Coaches, fallen wir da nicht auch rein? Nein, denn wir arbeiten kommerziell. Aber es ist wichtig zu wissen, wofür ist eigentlich dieses Zoom für die Bildung gemacht worden? Und da möchte ich jetzt mal eben kurz drauf eingehen, weil das ist eine Frage, die mir auch immer wieder gestellt wurde. Ja, wem betrifft denn das? Also dieses Zoom für Bildung betrifft jeden, der sich mit Bildung befasst. Jetzt können wir natürlich sagen, machen wir Trainer, Berater und Coaches auch. Nicht umsonst heißt mein Podcast ja Bildung rockt. Aber ich sehe da einen entscheidenden Unterschied, nämlich wir arbeiten kommerziell und schulen eher weniger. Und deswegen ist es hier so, dass dieses Zoom für die Bildung, da Zoom schreibt zwar, helfen Schüler, Lehrer, Mitarbeiter zum Lernen um kollaborativen Arbeiten und für Verwaltungsaufgaben zum Motivieren, Fern-Hybrid-Lernumgebung. Es betrifft aber die Primär-Sekundär-Stufe sowie Hochschulen. Die werden damit unterstützt. Das heißt also, das ist für Bildung im schulischen Kontext gedacht. Und da ist dann auch ganz andere Geschichten mit drin. Warum Zoom für dieses Bildungswesen? Das soll so ein bisschen dieses Bildungsökosystem, so haben Sie es selber gesagt, miteinander verknüpfen. Also neue Wege für Unterricht, Lernforschung und Verwaltung ebnen. Eine vollständige Unified Communication Plattform darstellen. So und deswegen muss man dann auch immer gucken. Wir Trainer, Berater und Coaches sind davon nicht betroffen. Aber wie sieht das aus, wenn ich als Lehrer tätig bin? Bin ich als Lehrer für die Schule tätig? Also in einem nicht kommerziellen Umfeld? Oder bin ich in einem kommerziellen Umfeld tätig? Da muss man dann immer schauen, falle ich unter dieses Zoom für Bildungswesen rein oder falle ich da nicht drunter? Denn für Schulen, die müssen auf jeden Fall Zoom für das Bildungswesen sich besorgen und können sich nicht einfach, so wie wir als Trainer, Berater und Coaches, das auch machen. Im Grunde gibt es da ganz, ganz viel. Also da ist auch nochmal Barrierefreiheit eine große, spielt da noch eine größere Rolle bei. Untertitel, Live-Transkribierung, Tastenkombination, Barrierefreiheit. Und dann hast du noch so Personalisierungen des Lernergebnisses und die Steigerung der Einbindung. Das heißt, da gibt es also auch nochmal extra Musikunterdrückungen, wo du dann sagen kannst, also du hörst nicht den Hund bellen und nichts. Das ist nochmal ein bisschen da anders. Und es gibt Anbindungen an andere LMS-Systeme, wie zum Beispiel Moodle, Blackboard, Desire2Learn, Schoology, Sakai und andere Varianten. Also da gibt es dann auch nochmal eine etwas andere Fassung von Zoom. Vieles ist aber auch, entspricht einfach dem, was wir aus dem Po-Account schon kennen oder vielleicht aus dem Business-Account kennen. Aber hier wurde halt jetzt Platz geschaffen für Zoom, für die Bildung, damit die einen eigenen Tarif haben und eigenständig gewürdigt werden. Nur für uns Trainer, Berater und Coaches kommt es nicht in die Frage. Wenn du Lehrer bist, da musst du halt wirklich immer gucken, arbeitest du auf Rechnung, also im kommerziellen Sinne, arbeitest du auf eine eigene Rechnung oder machst du das Ganze im schulischen Kontext und setzt dann Zoom ein. Und wenn du dann Zoom einsetzt, kann es dir passieren, dass du für Zoom fürs Bildungswesen dann für die Schule dementsprechend infrage kommst. Und bevor ich jetzt gleich nochmal zu der Zusammenfassung komme von der heutigen Episode, möchte ich dich auf meinen Audiokurs zum Safety First, zum Sicher-Machen hinweisen. Das ist mir eine Herzensangelegenheit, dass die Meetings sicherer werden. Es wird ja immer mal wieder durch die Presse gejagt, irgendwelche Gespenster. Und deswegen, damit du auch eine bessere Verkaufsargumentation gegenüber deinen Auftraggebern hast, habe ich diesen Audiokurs zusammengestellt, damit du es für dich, für deine Teilnehmer und deine Auftraggeber sicherer machen kannst und sicherer machst. Wenn du diesen Audiokurs haben möchtest, dann gehe ich hier unten auf die Shownotes und dann hole dir diesen Audiokurs. Ich wünsche dir damit ganz viel Spaß und jetzt kommt die Zusammenfassung. Jetzt folgt die kurze Zusammenfassung und zwar, wenn du eine Absprache mit deinen Trainern getroffen hast, dass du sagst, okay, du hast eine Pro-Account, einen eigenen, dann kannst du natürlich auch den Pro-Account von denen nutzen und quasi deine Teilnehmer auf das Meeting von deinen Trainern schicken. Wenn du sagst, ich möchte das aber alles im gleichen Look und Feel haben, so wie auch ich nach außen hin auftrete, dann kannst du dir vielleicht überlegen, ob du Pro-Lizenzen für deine Trainer nochmal kaufst, die du denen dann zur Verfügung stellst. Und dann ist immer die Frage, dürfen die auch für eigene Zwecke benutzt werden oder dürfen die nicht für eigene Zwecke benutzt werden? Und das ist eine Absprache, die musst du mit deinen Trainern treffen. Es kann auch sein, dass du sagst, pass auf, ach, du hast schon eine Pro-Lizenz, okay, komm, dann kriegst du halt die Vergütung XYZ noch on top obendrauf, weil du mir ja quasi deine Lizenz zur Verfügung stellst. Das ist immer Geschmackssache und immer eine Frage, wie fühlt sich das Ganze für dich an? Möchtest du einen gemeinsamen Auftritt haben von dir und deinen Trainern oder sollen die auch ruhig in ihrem eigenen Branding auftreten? Da kann ich dir leider nicht reinreden. Ich konnte dir jetzt nur hier das Beispiel bringen und da habe ich das Beispiel mit langen Training und Consulting gebracht. Ansonsten war mein Appell oder ist mein Appell eigentlich, wenn du Geld mit Zoom verdienst, dann lass auch Zoom dran teilhaben. mit 13,99 Euro, ich denke, das ist mehr als gerechtfertigt. Und da hatte ich das Beispiel angebracht, wie es wäre, wenn Franz und ich uns ein Pro-Account teilen würden. Und das war so mein Appell auch nochmal an dieser Stelle. Dann betrifft uns Trainer, Berater und Coaches dieses Zoom fürs Bildungswesen nicht, weil wir im kommerziellen Sinne unterwegs sind und nicht im schulischen Kontext. Aber wie sieht das Ganze jetzt für die Lehrer aus, die natürlich auch Zoom nutzen? Das heißt nicht auch, aber viele von denen nutzen Zoom. Auch im Hochschulkontext wird Zoom ganz viel genutzt. Und da muss man nachher gucken, trete ich als Lehrer für die Schule auf oder trete ich als Lehrer als eigenständige Person auf? Es gibt ja auch viele Lehrer, die sind nebenberuflich selbstständig. Also von daher ist es immer so eine Frage, wie trete ich nach außen hin auf? Trete ich als Lehrer auf? Dann passiert es mir wahrscheinlich, dass ich in diesen Tarif Zoom für das Bildungswesen hineinrutsche, wenn ich nämlich im schulischen Kontext für die Schule das mache. Und da gibt es dann nochmal so ein bisschen ein paar andere Feinheiten. Da gibt es dann auch ein anderes Tarifmodell. Wenn du da Fragen zu hast, kannst du mich da gerne auch darauf ansprechen. Also Zoom fürs Bildungswesen ist nochmal ein bisschen anders als das andere Zoom. Und ansonsten wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Ich hoffe, ich konnte jetzt noch mehr Licht in das Dunkle bringen von diesem ganzen Tarifdschungel, den es da so an der einen oder anderen Stelle gibt. Wenn du mehrere Trainer hast als neun, dann musst du halt in die Business-Variante hineinwechseln. Und ansonsten wollte ich dir jetzt noch mit dir gerne etwas teilen, was ich schon mal vor zwei Episoden angesprochen habe. Ich habe nämlich ein tolles Feedback bekommen, was ich hier sehr, sehr gerne mit dir teilen möchte. Und zwar bin ich von Zoom kontaktiert worden. Zoom hat mitbekommen, also Zoom Deutschland, nicht Zoom international, sondern Zoom Deutschland hat mitbekommen, dass ich eine Zoom-Mentoring-Gruppe habe, die auch immer weiter wächst. Das macht mich sehr glücklich. Und die Community unterstützt sich da auch sehr toll drunter. Allen vor allem Töm. Vielen Dank an dieser Stelle auch an dich, Töm, der da immer wieder auch mitschreibt und kommentiert und alles. Und das ist ja auch eins meiner Herzensprojekte da, diese Zoom-Mentoring-Gruppe. Deswegen habe ich die ja schon 2019 ins Leben gerufen. Durch Corona hat sich das Ganze jetzt doch ziemlich schnell rumgesprochen, dass es da etwas gibt. Und es wird auch immer mehr rumgesprochen. Und rumgesprochen ist ein guter Stichwort. Denn ich wollte dich daran teilhaben lassen. Mir wurde von Zoom Deutschland von einem Mitarbeiter mitgeteilt, dass mein Podcast, der sich ja seit über 50 Episoden auch mit Zoom befasst, von Zoom-Mitarbeitern gehört wird, was mich ganz mega, 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 mega stolz macht, dass mein Podcast auch empfohlen wird innerhalb von Zoom und aber auch anderen Kunden. Und das macht mich richtig stolz, denn das zeigt mir, dass ich ja hier einen guten Job mache, dass das, was ich mache, auch ankommt und gesehen wird und gehört wird bei dir und aber auch bei Zoom. Und das wollte ich einfach jetzt an dieser Stelle mit dir teilen, denn ich habe mich riesig gefreut, als ich dieses Feedback zurückbekommen habe und wollte das jetzt endlich mit dir teilen. Und jetzt bin ich einfach raus aus deinem Ohr. Bis demnächst in deinem Ohr, deine Mareike. Bis demnächst in deinem Ohr. 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 Untertitelung des ZDF, 2020